Schwerelos über die Landschaft gleiten, elegant durch die Lüfte schwingen, eben frei wie ein Vogel. Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Aber die eigentliche Frage ist ja auch, ob die Illusion funktioniert. In der Nähe von Zürich in der Schweiz besuche ich das BirdLife-Zentrum. Stefan Heller ist der Leiter des Vogelschutzgebietes. Er hatte die Idee für den Vogelflug-Simulator. Wenn Sie diesen Vogelflug beobachten, was fasziniert Sie dann daran? Es ist schon etwas, wir können das nicht und die Vögel können sich extrem komplex bewegen. Sie können punktgenau landen, was ein Flugzeug niemals hinkriegt. Sie können sich in der kürzesten Zeit aus den Lüften erheben und zwischen Zweigen durchmanövrieren. Und gleichzeitig, dass wir als Menschen keine Chance haben, das in einer Art und Weise dann ähnlich wie die Vögel zu machen. Gerade brüten hier die Lachmöwen. Im Schutz von kleinen Hütten kann man die Vögel beobachten, ohne sie zu stören. Jedes Jahr kommen 12.000 Menschen hierher. Stefan Heller wollte ihnen mehr bieten als Beobachtungshütten und eine Ausstellung mit Bildern und Texten. Er wollte einen Vogelflug-Simulator. Max Rainer hat das Flugerlebnis möglich gemacht. An der Zürcher Hochschule der Künste hat er mit zwei Kollegen Bertli entwickelt. Die Plattform bewegt sich. Die gibt dir das Gefühl, dass du wirklich in der Luft bist und dich navigierst. Rund ein halbes Jahr hat das Team an der Entwicklung von Bertli gearbeitet. Die grösste Herausforderung für das Team, das reibungslose Zusammenspiel von Mechanik und Computerprogramm. Natürlich ist das Erlebnis als Gesamtheit viel intensiver, wenn natürlich alle Aspekte mitspielen, wenn alle Sinne mitspielen und dir sagen, du bist wirklich in der Luft, du fliegst wirklich. Das ist ein anderes Erlebnis, als wenn ich es jetzt nur im Fernsehen sehen würde. Du kannst deine Hände mal hier reinstecken. Das sind jetzt quasi deine Flügel, die du hast. Jetzt gebe ich dir noch eine 3D-Brille. Mit der 3D-Brille bist du wirklich in der Landschaft drin versunken. Und zusätzlich bekommst du dann auch noch Kopfhörer, dass du auch wirklich alles hörst, was um dich dort abgeht. Ich fliege über San Francisco an der amerikanischen Westküste. Städte kennen wir auch aus eigener Anschauung von oben. Denn fast jeder hat schon mal von einem Hochhaus in die Tiefe geblickt. Daher haben wir hier ein viel besseres Gefühl für die Dimensionen als in der Natur. Das macht das virtuelle Erlebnis realistischer. Mit Flügelschlägen steige ich nach oben. An die Steuerung über die Flügel gewöhne ich mich erstaunlich schnell. Nach kurzer Zeit habe ich die reale Welt um mich völlig vergessen. Dafür sorgt auch ein Ventilator, der den Flugwind simuliert. Das Zusammenspiel aus virtueller Welt und realer Bewegung der Maschine macht die Qualität der Illusion aus. Jetzt musst du ein bisschen rauf. Rauf, rauf, rauf. Okay. Nein! Das war zu knapp. Jetzt bist du wirklich eigentlich abgestürzt. Es ist extrem realistisch. Also man hat wirklich das Gefühl, reinzutauchen und runterzutauchen und wegzutauchen. Und auf einmal taucht links ein Gebäude auf und man will irgendwie weg. Ich will noch mal. Und zwar. Der Suchtfaktor ist hoch. Mein einziges Problem, während des zweiten Flugs macht sich leichte Übelkeit bemerkbar. Aber das ist mir der Spass wert. Also guck nochmals deine Hände an, richtig. Ja, siehst du? Die Flügel? Ja, genau. Ah! Was das Beglückende daran ist, ist wirklich, dass die Leute zufrieden sind am Schluss. Also wenn sie runtersteigen, sind sie eigentlich alle recht glücklich. Das finde ich noch seltsam für das, dass sie einfach fliegen. Einfach fliegen? Naja, so geschmeidig wie Vögel werden wir Menschen uns wohl nie in der Luft bewegen. Aber ein Flug mit Bertley kommt dem schon erstaunlich nahe. Das ist ein Flugzeug.